Haben die nicht gesagt, warum die das gesperrt haben? Oder was geht da ab? Ich kann euch ein Video, ein Video kann ich euch sagen, ich habe sogar noch ein Screenshot davon. Die haben das Video, es ging um König Leopold von Belgien. Kennt ihr wahrscheinlich? Ja, genau. Er hatte einen Brief geschrieben. Er hatte wirklich einen Brief an seine Missionare, die dort waren im Kongo, weil er hat Kongo ja selbst nie betreten. Er hat einen Brief geschrieben und hat dort in dem Brief geschrieben, was die mit den Menschen machen sollen. Wie sie die Menschen... Das war ja quasi ein Pazett für afrikanische Menschen. Genau, ihr Ziel war es, die Menschen mental zu brechen. Oder erzähl mal vielleicht nochmal ganz von Anfang an die Geschichte von König Leopold, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ich habe das auch vor kurzem erst erfahren. König Leopold war halt der König von Belgien. Während der Kongo-Konferenz, die in Berlin war, so Afrika-Konferenz nennt man die auch, 1884, von Otto von Bismarck, hat Leopold nicht wie andere Staaten kolonisiert, sondern Leopold hat den Kongo selbst gekauft, privatisiert. Das heißt, selbst der belgische Staat war ja damals schon aktiv. Natürlich, die haben das toleriert und so, ist unser König, blablabla, aber er hat das sozusagen privat gekauft nochmals. So. Und was er halt gemacht hat, ist, er hat halt Kongo, müsst ihr euch so vorstellen, Kongo ist groß, Kongo besteht aus mehreren Ethnien. Kongo, wenn du Kongo einmal raufpackst, hast du ganz West und einen Teil von Osteuropa. Ja, riesig. So. Und was er gemacht hat, ist, er hat er hat halt verstanden, der Kongo ist sehr divers, ist reich und das, was er genommen hat, ist Kautschuk. Damals daraus hat man dann Gummi gemacht. Und er hat halt die Ethnien, die dort gelebt haben, alle zusammengetrieben. Also man hat, es war damals Leopold Ville, hat man das gemacht, was heute Kinshasa ist, ist damals Leopold Ville. Liegt am Kongo-Becken, also am Kongo-Fluss. Und dort hat er die meisten Ethnien zusammengepusht und die haben halt gearbeitet. Hast du nicht genug gearbeitet, hat man dir die Hände abgehackt. Was man auch gemacht hat, ist, man hat die Kinder genommen, um die, zum Beispiel Männer, die körperlich stark waren, um diese zu brechen, dass die keinen Aufstand machen oder sonst was, hat man die Kinder genommen und denen die Hände abgehackt. Es gibt sogar ein berühmtes Bild, da steht ein Vater, der sitzt an so einer Treppe, der hat seine Hand in seinem Gesicht und vor ihm liegen die Beine und die Hände seiner Tochter. Weil er nicht genug Kautschuk gepflückt hat in der Zeit. Bruder, was hat er dann gemacht? Dann hat er, hat halt zu dieser Zeit sind halt Leute auch gestorben wegen Erschöpfung. Die haben halt gearbeitet, ohne irgendwas zu bekommen. Das war Sklaverei im höchsten Niveau. Ein ganzes Land einfach. Richtig, das war Sklaverei, aber ein ganzes, ein ganzes Land, mehrere Ethnien. Das heißt, er hat damals die Bevölkerung zu 80 Prozent ausgelöscht. Das heißt, er hat 15 Millionen Menschen getötet. Die waren damals... Oder der hat einfach mehr Leute als im Holocaust umgebracht. Sogar doppelt so viele. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab noch dieses Bild im Kopf mit den Händen und Beinen und was du gerade gesagt hast. Danke, Scheiße. Und dann, wie ging's mit dem weiter, Alter? Wie's weiterging, der hat natürlich, der ist irgendwann mal im frühen 19. 1900 ist er gestorben. Dann hat Belgien das private Land, was Leopard hatte, übernommen. Also der belgische Staat. Der belgische Staat hat natürlich nicht aufgeräumt oder etwas besser gemacht, sondern hat das weiterlaufen lassen und hat kleine Institutionen Was war das für ein Jahr, wo der belgische Staat das übernommen hat? Ich glaub, das war 1909, nachdem Leopard gestorben ist. 1909, 1910. So ungefähr. Und dann war das so, dass der belgische Staat praktisch die Menschen dort weiter unterdrückt hat. Also das war gar keine richtige Freiheit. Und erst später, wie ich schon gesagt hab, so ab 1950 kamen die Freiheitskämpfer, so die ersten richtigen Freiheitskämpfer, die Radios zur Verfügung hatten, die reden durften oder die Schule besuchen durften und so, weil man hat die meisten Menschen ja Schule verwehrt. Man hat denen auch ihre Kultur verwehrt. Das heißt, man hat diese Menschen sozusagen versucht, umzuerziehen, wie sie eigentlich sind, ihre Kultur zu stehlen. Und deswegen hast du auch heutzutage so, dass viele das Bewusstsein erst jetzt erweckt haben, ey, meine Kultur ist mir wichtig. Weil vorher dachte man, auch viele haben das Gefühl von sich selbst, dass ihre Kulturen nichts wert sind. Das kommt davon. Also diese kolonialistische Denkweise haben die angenommen, auch ohne es zu wissen wahrscheinlich. Richtig, richtig, richtig. Viele Eltern, viele Eltern, es sind meistens Eltern, ähm, wie zum Beispiel, ähm, halt Denkweisen. Zum Beispiel, was, äh, viele vielleicht schockieren wird, ist zum Beispiel Dreads oder, äh, Braids oder Locks, ne, haben, ähm, finden viele afrikanische Eltern scheiße. Okay. Nicht scheiße, sondern weil sie, weil man denen das so eingetristert hat, weil die kommt, weil ihr müsst euch vorstellen, unsere Eltern kommen von einer Zeit, die nach einer Kolonisation, das ist, das Land ist auf Null. Mhm. Das heißt, die Geschichte, die du bekommst, ist nur die kleinen Teile, die du vielleicht von deinen Eltern, von deren Eltern bekommen hast. Aber die komplette Geschichte war ja weg. Ja. Die haben den ja, die haben ja versucht, die Menschen umzuerziehen. Man hat ja alles genommen. Man hat selbst Religion genommen, um die Menschen umzuerziehen. Man hat die Leute katholisch gemacht. Die haben die assimiliert, ne? Genau, richtig. Katholisch und abhängig vor allem von sich. Richtig. Und auch, und auch Sachen erzählt, wie zum Beispiel, das sagt auch keiner, zum Beispiel, dass die den weißen Mann, wenn ich das jetzt so sagen soll, als Ideal sehen sollen, als Vorbild. Das ist das. Als der Retter. Ja, ja, genau. Das ist der Retter. Und das hat man den Menschen halt eingetrichtert, dass viele das denken. So ist auch das Problem, dass du Menschen hast, die sich bleichen, damit sie ein bisschen bessere Hautfarbe bekommen. Das haben die in der Kolonisation auch gemacht. Die haben etwas dunklere Menschen von etwas helleren Menschen getrennt. Die haben auch nach Gesichtszügen. Die haben zum Beispiel Menschen, die ein etwas längeres, längliches Gesicht haben, nach da. Und Menschen, die ein etwas rindliches Gesicht haben, nach da. Boah, dass die sich da paaren und die paaren sich da, oder was? Nicht mal, dass sie sich paaren, sondern dass diese, es gibt, es gibt ein Buch sogar, es gibt, es gibt, diese Leute waren so krank, die haben sogar Bücher geschrieben, wie die andere Länder kolonisieren werden, was die machen werden. Es gibt eine bestimmte Taktik, das haben die Divide and Conquer Taktik genannt. Das ist eine Taktik, in dem die nicht mehr, die müssen nicht mehr anwesend sein, um Trouble dort zu stiften, sondern es reicht nur, kleinste Verschiedenheiten zwischen Menschen zu nehmen, damit diese Menschen sich bekriegen. Gegenseitig auch. Selber, genau. Divide and Conquer heißt praktisch, die Menschen zerstören sich selber, ohne dass wir etwas machen müssen. Und das haben die im Kongo gemacht, in Ruanda, in vielen Teilen von Afrikas hat man das gemacht, nach Hautfarbe, nach helleren und dunkleren Hautfarben, manche ein bisschen besser behandelt. Einfach Unruhe im Land selber. Genau, genau, genau. Und dann, weil dann hast du halt ein Land am besten unter Kontrolle, wenn es erst innen drin schon kocht. Ja. Und das haben die halt gemacht, über die Geschichte. Und das sind halt Sachen, die lernst du zum Beispiel nicht in der Schule. Das ist aber wichtig, um zu verstehen, warum denken manche so. Warum haben manche diese Denkweisen? Oder, wieso sind manche Leute, weil Leute, viele Leute verstehen nicht, wenn die sagen, viele Leute haben erst in diesem Zeitalter ihre Kultur erkannt. Nicht mal dadurch, viele haben mir, viele schreiben mir ja auch und sagen, ich habe viel mehr von meiner Kultur jetzt gelernt, als ich überhaupt von meinen Eltern gelernt habe. Und die Recherche, die ich dann betrieben habe, hat mir noch mehr gezeigt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, weil man muss bedenken, nicht nur die Menschen, die hier leben, haben diese falschen Vorstellungen. Es gibt auch Menschen, die da sind, denen das eingetrichtert worden ist, die diese Denkweise übernommen haben. die ich dann übernommen haben. Vielen Dank.